freunde willkommen zurück bei minecraft es geht wieder los wir sind wieder fleißig am bauen und wieder mit am start der mann mit der sexy stimme der mazel so und wo waren wir stehen geblieben was wollen wir machen wir wollten bevor das ts abgeschmiert ist ja es war damals zeitig weg und dann haben wir gesagt gut machen wir schluss hat ja gepasst waren ja schon wieder zwei stunden wir waren irgendwo hinten also wir wollten tatsächlich gegangen wir wollten noch irgendwo hin nehmen wir wollten etwas erkunden weil wir gerade nicht mehr wussten was wir machen sollten ja aber ich dann habe eben dann habe ich mir gesagt ich habe jetzt gerade gar keinen platz mehr in meinem inventar muss noch mal zurück und dann warst du auf einmal weg ja bei mir leckt gerade ohne ende jetzt okay ich ernte mal kurz mehr oder weniger so ich pflanze direkt alles wieder neu an gut aus sein ernte fällt hier das haben wir da ist hier noch was drin ja gut da sind auch noch ein paar samen hier sind auch noch samen ich habe jetzt direkt mal irgendwie über 50 also prima glaube ich gerade noch so hin für ein feld denke ich mal warum ruckelt das zwischendurch was denn los vor allem auch noch so übel einstellungen wieder geändert nö gar nichts vor allem das sind keine keine irgendwie lecks oder so das sieht mehr aus wie server ruckler also bei mir ist alles flüssig okay dann kann sie aber nicht am server liegen da muss muss es ja an mir liegen offensichtlicherweise geht ja nicht anders aber ich habe 50 frames das kann es eigentlich auch nicht sein die sind scheiben drin ich bringe mal eben kurz das weizen behalte ich die samen kommen da rein meine schere nehme ich auch mal mit ein eisenerz er kommt halten packen wir mal weg für alle fälle falls wir doch mal drauf gehen ach nee gar nicht ich wollte das mitnehmen glaube ich falls ich noch was neues machen muss und leder kann weg jetzt haben wir eben noch mal einen mit fleisch in der kiste und ich baue mal eben also ich habe noch genug proviant dabei zwei äpfel elf mal schweinefleisch und zwölf mal rinderfleisch ja ich habe mir gerade ein bisschen brot gemacht also das ist kein problem dafür habe ich ja das feld du hast ja noch eine stelle gemacht ich habe mir noch eine knifte geprellt du sammelst du hast wieder glas ne ich brauche viel glas ja 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 so wir wollten hier die richtung von dem dschungel gehen meine ich und hatten dann eine so eine schlucht gefunden also nicht so eine schlucht sondern genau hier war nämlich so ein loch im boden auf einmal genau da da war ich dann drin und dann warst du weg und wir wollten hier weiter meine ich hatten wir so in betracht gezogen hallo kuh die kühe in dem ach ja wir wollten hier glaube ich rein kann es sein rechts die fackeln haben wir gesagt rechts rechts haben wir gesagt das war ein kurzes vergnügen ach das war schon alles na geil ja noch nicht mal die fackel wert eigentlich nicht da kannst du mir noch mal rausnehmen das irgendwo sind hier zombies da oben ist da oben das ist eine kuh das ist kein zombie das ist eine kuh höchstens eine zombie kuh ich buddel mal kurz hier ein bisschen rein vielleicht ist hier einfach ein durchgang der durch gravel versperrt wurde ich möchte es also wissen ja ich will wissen wo der zombie herkommt also das zombie geräusch das geräusch wird lauter als gravel können wir auch gebrauchen für unseren weg gravel kann man immer gebrauchen ich baue mal kurz da so ein fackel hin es werde licht es geht aber auch mein gott wird es denn das hier ist aber nichts mehr ne warte mal ich stelle ich mal hin kommt zombie das irgendwo hier hinter das irgendwo im berg das irgendeine höhle aber wo die jetzt ist keine ahnung wir gehen einfach mal da vorne in die nächste würde ich sagen und gucken ob wir da mehr glück haben oder haben wir gesucht ist eigentlich egal in der hauptsache irgendwas in der hauptsache wir finden was oh das ist aber auch nett hier oh ein flip flip hallo flip 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 aber das hier ist echt so wenig mobs also wenig die höhle ist aber auch geil steckse gerade nur noch was essen achso schon gedacht wo treibt der sich da oh nein ich hole mir mal das eisen oh das ist auch eisen oh hier ist noch mehr eisen hier ist eine fackel mag das sein dass du hier zuletzt gewesen bist ja da war ich gerade das eisen nach da unten ist unter dir ist auch eisen achso du bist schon runter gefallen ja hab die abkürzung genommen so so blub komm wieder hoch gar nicht gerade ne doch unter dir total das hat ja gut funktioniert wir kommen hier wieder raus wie es aussieht aber wirklich raus ne da regnet es da gehen wir nicht hin das ist ungewöhnlich ich will nicht hinregen hier unten war nix mehr ne ne da haben wir noch kohle hier ist graffel graffeliger graffel und hier ist ein ja loch hier könnte man eine coole eine coole bergbasis bauen so das ganze ding an sich ist eigentlich ziemlich cool dafür bergbasis so im berg halt so ne ne basis drin ach wie du das ganz amfang bei den früheren videos machen wolltest wollte ich das hattest du auch noch davon erzählt dass du da hast du so ne riesengroße schlucht gefunden und da wolltest du den eingang wolltest du zubauen und nach hinten hättest du dann deine hülle gehabt stimmt 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 so was hatte ich vor ich hab mir den wasserhahn zugedreht das ist aber ein geiles system guck mal hier das würde sich eigentlich total geil anbieten komm mir geht's noch weiter und hier sind noch mehr ganz viele kleine höhleneingänge in alle möglichen richtung cool das ist schon geil also hier hinten habe ich jetzt gerade noch mal äh coole und so gefunden ich auch das ist alles irgendwie nicht so tief okay ich glaube ich äh aber warum sind hier keine monster hier sind so wenig was warte ich geh mal kurz ich stell das schon mal auf normal ob dann mehr kommen ich bin ja operator eigentlich müsste ich das ja umstellen können sowas kohle kohle das wäre zumindest der sinn wenn ich das einstellen könnte ich muss mal gucken ob ich irgendwie die server properties ob die irgendwie auf peaceful stehen aber ich habe doch letztens noch ein zombie gesehen ne ja ja die sind äh die sind so hart letztendlich so am nacken vorbeigelaufen und ist erstmal schon explodiert so ein creeper stimmt da war ja letztendlich auch noch ein creeper alter komm mal hier hin scheiß die wand dann warte mal ich komme zu hoch komm wieder hoch und dann zeige ich dir mal was ich gerade gefunden habe da zum beispiel ist ein creeper du hast einen creeper gefunden ja das ist fein gott sehr dank dann gibt es ja doch gegner schon gedacht aber die sind echt total wenige das wundert mich eigentlich wo genau bist du lang ähm da perfekt da oben ist ein flüppflüpp ich habe gefunden ein flüppflüpp warte dass du die nicht nach Hause bringen kannst die wird die tame wäre geil dann würde ich mir direkt irgendwie so eine so eine höle bauen wo dann oder denen eine höle bauen und da die alle drin züchten ist ja voll cool boah so viel kohle lieber eisen so wie das hier ah ja wieder klar einfach mal vorgerannt und einfach mal schön alles geklaut ich höre zombies das ist super dass ich mich darüber mal freuen würde oh ich höre einen Schleimschleim glaube ich höre ich da einen Schleim ich höre da einen Schleim jetzt höre ich keinen Schleim mehr und hier ist mein Gott zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf mal eisen meine Fresse oh da ist auch so ein Loch so ein tiefes warte unter dir direkt ist einer ja sowas in der Richtung hatte ich in dem anderen Ding auch gefunden ehrlich gesagt ja das war auch einfach mal so ein da ging es auf einmal tief weit runter oder tief weit und dann durfte man zusehen wie man klarkommt ich bin einfach mal mutig jetzt wenn wir das hier abgeschlossen haben können wir später nochmal in die andere Hülle gehen wo wir noch die links gefunden haben die Diamanten vielleicht finden wir noch ein paar mehr noch mehr Diamanten irgendwie Diamanten geiler wieder ist hier ja ja ich nehme auch mal ein bisschen Kohle mit auf einmal ein es ist gerade vor mir alter ich denke er schreckt mich doch mal haut ihm einfach mal in seiner Spitzage voll in den Nacken Spitzack an den Kopf das war meine Spitzack an den Kopf wer ist schneller hier laufen sie uns gleich in den Nacken pass auf meinst du hier geht es nur einmal rum ist recht easy hier ist nicht so viel es geht aber auch weit rein mein Gott aber hier ist dead end hier hört es dann auf oh Moment damn it hol mal hier das Eisen ich muss gerade mal eben eine Workbench scheiße hast du eine Workbench dabei? ne scheiße sollte man sich unter den Arm nehmen ne für solche Weilen ach crap ich hab nur noch Steinspitzhacken ich kann hier natürlich jetzt keine äh wie jetzt einen Moment einen Moment hast du noch eine Eisenspitzhacke dabei? ah perfekt er hat noch eine super besten Dank warte ich hab auch äh ich bedanke mich auch mit dem Fuß also bei mir ist es ein Fuß bei dir ist es irgendwas anderes bei mir ist es ein normaler ähm normales Fleisch bei dir ist es ein Stück Gammeldöner oder so ja so ungefähr auf welcher Ebene sind wir eigentlich gerade? ach 54 Gott Gottes Willen sind wir hoch ist da noch weiter? ey was ist denn das hier? wir finden ihn nie wieder raus also da bastel ich mir gleich eine Rüstung ja ok hier geht es nicht weiter das ist gut wir könnten jetzt buddeln aber ich glaub wir haben noch den ein oder anderen Weg den wir noch gehen könnten ja und daher wollen wir es mal nicht übertreiben ich fress mal kurz ein Stückchen knifte ein Stückchen knifte hau ich es mir in eine Kiemen das hier ja da hab ich gerade runter gebuddelt gebuddelt? gebuddelt hab ich da verdammtisch nochmal ok irgendwo hier ist ne Höhle haha aha hier jetzt weiter brauchst du ne Treppe? ich hüpfe in den Tod in den sicheren machen wir mal erstmal Licht für alle Fälle da hinten waren wir schon mal da ist es natürlich auch nicht schlecht zack ich lass das Wasser mal an ne? hallo Flipp-Flipp ich lass dir mal dein Trinkwasser damit du nicht verdurstest hier die armen kleinen Fledermäuse wollen ja auch was zu trinken äh nachher geht's auch noch runter mein Gott das ist ja nicht normal was machst du denn da unten? ich hab schon Level 24 durch die ganze Kohle was? ich bin auf Level 13 du musst wieder übertreiben weißt du? ja motorischer Übertreiber hat den Eiser Anschluss echt? was hast du denn da gefunden? mein Gott das ist total übertrieben zack 10 Diamanten das wert ja dafür sind wir aber viel zu hoch wir befinden sich eh keine Diamanten dafür müssten wir tiefer Dick Deeper Dick Deeper ne? Dick Down und so richtig schön YOLO mäßig ich hab gleich keine Fackeln mehr warte mal die Fackeln kann ich da auch mit der Steinspitze äh die Kohle kann ich da auch mit der Steinspitze abbauen ne? jawoll dann kann ich die nämlich mal aufbrauchen ich muss keine Fackeln mehr ja ich hab noch Kohle ohne Ende dabei und Stickies hab ich auch noch ein paar das sind so kein Problem jetzt wär ich abgegeben obwohl ich hab nur noch 10 Stickies ja wenn du lieb fragst kriegst du welche? ja ich ähm guck erstmal dass ich hier Selbstversorger und so ne? ja ja dann denkst du du bist am Ende oh nö meine Diamantschaufel benutze ich für den Scheiß hier nicht da geht's nicht weiter können wir Obsidian mit abbauen Obsidian oh da geht's tatsächlich noch weiter du weißt den Weg nur zurück ne? ich frag nur mal zurück? ich find den Weg zurück du gehst zurück? ja? nö ich dachte wir bleiben hier achso nein klar weiß ich den noch natürlich und wenn nicht kommt das Fackelsystem da natürlich super in handy machen wir da oben mal ein Licht ist hier noch irgendwo her? ich mach hier mal überall so ein bisschen Licht in diesem Rondell da ist schon wieder Eisen gibt's ja gar nicht oh da kommt mir der Kies ins Gesicht geflogen hier ist Feierabend da ist Ende tatsächlich mal obwohl hier noch Kies ist vielleicht also Kies ist immer ein Zeichen dass da noch was sein könnte genau wie Erde weil diejenigen die nicht so Minecraft bewandert sind oder genau wie hier Erde ist das heißt immer da könnte unter Umstände noch was sein da muss man immer da könnte man immer noch mal ein bisschen buddeln manchmal findet man da noch was dann ich würd mich aber auch schon freuen wenn ich mal nen Gegner finde ehrlich gesagt freu du dich mal hier ist ja gar nix dass